Namaste, willkommen bei Pankaja Ayurveda. Erwecke deine Lebensfreude. Was heißt das für dich? Was kann das sein? Ist die Lebensfreude nicht eigentlich schon da? Ist sie manchmal einfach nur verschüttet? Ist sie manchmal ganz weit entfernt und kaum zu fühlen und sogar ärgerlich davon zu hören? Was bedeutet das für dich? Was gehört in deinem Leben gerade gerückt? Oder ausgeglichen? Oder angeregt? Oder unterstützt? Oder einfach nur gehalten? Oder zugehört? Pankaja Ayurveda möchte dich auf deinem Weg unterstützen. Es gibt eine Vielzahl von wunderbaren Anwendungen, von wunderbaren Analysen im Ayurveda, wie wir feststellen können, was deine Grundkonstitution ist, wie du in diesen Körper, in diese Welt, in dieser Inkarnation hineingeboren bist. und was du brauchst, um ganz voll aus deiner Kraft leben zu können. Und dabei freue ich mich, dich zu begleiten. Melde dich bei mir, wenn dich das interessiert und mit allen Fragen. Und ich freue mich auf dich. Namaste. Jay Ganesh, möge es dir wohler gehen und mögen alle Wesen glücklich sein. Hari Om. Bis bald. Bis bald. colonies. hade. abyä. Vielen Dank.